ja überlegt mal 1000 wieder das sind genau fast über 3 wir geschnüppst und dann wurde wieder vom nächsten hunderter von hinten weggeschnitze t 5000 ist es nicht eigentlich big pump t 5000 das ist ein ich glaube die base hier wird nix ich habe auch keine lust mehr schrei mal dann das hin schreit da kann man gehen das heißt solange ich hier bin seid ihr hier du hast so gesagt das wird nix stimmt warum gehen wir nicht irgendwo anders hin aber ich kenne dark der wird gekämpft blut spritzt ein da wird gerade beraten wo wir hingehen nur ihr habt alle keine geduld was ist das kann man das essen ja trinken er trinkt mir schöner sich wird es lieber trinken geduld du trinken aber wir haben wieder eine bewerbung unser team ja schön zu uns gleich abonnieren ein neues magma jetzt wenn man darf nur noch ins team rein wenn man uns abonniert richtig und mindestens einmal am tag unsere videos anguckt okay das kann man nicht prüfen wir verfolgen das doch kann man prüfen okay aber ist aufwändig ja weil du das für jeden einzelnen machen musst jeden tag jeden tag was ist das für ein idiot bitte die max hat mich gesehen ist hat mich verfolgt und dann rennt sie in mein c4 rein wie blöd muss ich dann aber alle videos dann natürlich alle videos alle 898 sind wir glaube ich momentan also gar nicht schon in 900 was 100 videos hast 1000 oben ne 800 ich glaube wir sind erst bei 9 anfang 900 echt 900 ich dachte schon bei knapp 1000 das kann jetzt ja guck mal bitte an das schon dass man hier kein bullshit erzählen also weniger bullshit als sonst nein nein ich habe einen Panzer und jetzt bin ich froh ich habe schon neue E-Mails erhalten was soll ich erhalten? E-Mails ich habe schon neue E-Mails ich habe schon neue E-Mails erhalten wegen? also privat weil halt kann ich uns nicht Werbung von Spielen nehmen Spams ah jetzt haben sie endlich Position gewechselt ja gehen wir eine E-Mails zurück und verteidigen unsere Orif-Bails wir haben 918 Videos ich sage anfangen ah 918 ist schon über 900 anfang 900 habe ich doch gesagt aber ist über 900 naja habe ich ja nicht gesagt dass wir unter 910 oder ich habe gesagt anfang 9 ich mache mal die Spawn Beacons da weg dann habe ich das falsch verstanden ich meinte wir gehen auf 1000 zu naja das machen wir auf jeden Fall das machen wir eigentlich wenn wir 1000 haben dann müssen wir auch wieder was machen das machen wir mit 1000 Videos ja das ist doch schon was dann nochmal 2000 dann nochmal dann nochmal ja das hört sich doch mal nach dem Plan an weil die 1000 haben wir mal die 2 machen wir auch noch voll die die paar Videos sie kriegen wir auch noch hin sich mit 1000 Videos zu feiern das ist das kann ja jeder ja überleg mal 1000 Videos das sind genau drei fast über drei Jahre Film äh Videos ja wenn du sagst wenn jeden Tag ein Video kommt naja du musst mir das so sehen wir bringen mehr wie ein Video am Tag im Moment bringen wir zwei Videos am Tag im Moment bringen wir zwei Videos am Tag ja außer Sonntag im Durchschnitt ja dafür haben wir manchmal Folgen dazwischen die nicht angekündigt sind also wir haben im Durchschnitt zwei Videos am Tag ja aber ich finde das schon übel was wir da gemacht was wir so treiben da ich finde es gut also ich sage nicht dass es negativ ist aber ich finde es schon übel 1000 Videos das musst du echt gehen du könntest jeden Tag drei Jahre lang immer ein Video von uns angucken das ist mal so extrem das hätte ich nie gedacht das ist mal so extrem das hätte ich nie gedacht wenn man da wie du das alles durchschauen brauchst du irgendwie so keine Ahnung wieviel Jahre brauchst du da irgendwie über 100 Jahre dass du alle Videos angeschaut hast von Gronkh ja Vollzeit YouTuber ja klar wenn du Geld damit verdienst musst du es hier machen du musst hier oder Pilsmeet die haben ja über 10.000 ja locker das ist die über 10.000 oder 12.000 haben die ja momentan schon also bisschen da schon über 20.000 ne ne ja es gibt bestimmt welche wo über 20.000 haben aber toll grad die ganzen Fu 100 weg hier in dem Haus das ist cool oh fuck Motor bleibt doch am Leben ja der eigene hat sie mich genaded hat 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 mich genaded ja und da habe ich jetzt ein ein Kopf ja hebt mal den einen auf dem habe ich gerade einen Kopfschuss gegeben ach so das war die Rache du nädest nicht ich könnte genaded der hat sich gerade gebückt und ich habe den anderen erschossen und da hat er einen vollen Headshot gekriegt aber hättet ihr gedacht dass wir 1000 Videos zusammenkriegen in der Zeit so ja kannst du sogar mitrechnen wann wir 2000 haben schon klar aber dass wir so lange zusammen spielen und das immer noch so ich sage mal professionell machen es wird sogar immer besser habe ich so das Gefühl ja wir haben auch mehr spaß manchen ja manchmal sind die aufnahmen nicht so spaßig aber wir haben auch manchmal richtig geile wo man auch richtig spaß haben oh Markus ist wieder weg meinst du hättest du ja jetzt muss das wieder einstecken ja dann ist er gleich wieder da da ist er wieder warum es nicht eigentlich immer eingesteckt hat das verstehe ich nicht was nervt wird es eingesteckt lassen und immer wenn ich dann irgendwie Film gucke oder so abstecken Oha Racer Kid ja leck mich fett mit ner GD23 und dann ist er tot ja natürlich Hacker werden halt gebannt GD23 Racer lasst ihr den von 900 Videos haben wir eh irgendeine 200 gemacht zusammen bestimmt ne mehr das hast du gemacht alleine ne das sind schon mehr Markers ne 300 wir haben ja auch die ganzen Videos von euch auf dem Kanal genommen ne die zählen da nicht dazu Futur ne unsere Videos sind noch mehr zusätzlich in unseren Videos sind wir schon über 1000 Alter Schalter wir brauchen echt mehr Hobbys oder mehr Alkohol hä? ja ja hä? ja aber so viele ja aber so viele das ist Futur Logik ja aber doch Hobby das ist unser Hobby du Lappen ich hab'n ich hab'n Harrison Markers wo bist du ok bin vor dir aber ich hab'n ich bin Sun äh Sunny darum geh'n erstmal in Spawn-Room und hol'n den Techniker ja ok wenn geh'n nur Spawn-Room ich hab' grad' jemanden der für mich schießt dann komm' ich dich gleich abholen was soll ich wieder mitfahren? nein du fährst nicht mit nein ich sitz auch auf dem Beifahrersitz ich mach' auch nix hinten ne? ein Beifahrer hinten besser auf dem Beifahrersitz will ich dich nicht haben wieso ich kann dir dann gute Ratschläge geben wie man fahrt du hast ja noch keinen Führerschein von dem her aber besser fahren wie du dich trotzdem das ist ja keine Kunst hab ja nicht behauptet dass ich ein guter Fahrer bin im Spielen wir waren mit dem guter Fahrer sagt er jetzt so weiß ich muss ja Vorbild sein hihihi Markus ich bin aus Spawn-Room wo bist du? ich bin in deinem Sonder-Voloppen ah du bist hinten drin sag das doch erhol' ich mir auch mal ja ich dachte du check das mal ne ich check das nicht ich hab' dich gewartet wirst du dann nicht? genau vor deiner Stelle du dachst gar nicht ich will die Viper wo sind die Viper? hier ist die Viper die brauchen noch ein paar Kills die machen ich vorher dann kriege ich mir noch ein paar Certification-Proins mir verliert auch aber der hat Muni äh äh der Raketenwerfer der Raketenwerfer Quatschi hab ich schon nicht mehr in der Freundesliste wegen? wegen Verräter das hat die ganze Zeit im TS-El da ja hier ja was verräten? gestern war der vorgestern war nice der Quatschi ist ein Verräter hat der mir grad eine Rakete gegeben? alter ist ta la la hat mir grad eine hat mir noch eine Rakete und doch mal danke ja komm runter komm runter tot was ist bisher juhu anweisungs update erhalten ne habe ich nicht mit bekommen was war denn da los? ja juhu wie viel Kills brauche ich jetzt? ah ne ist weg jetzt brauche ich Mauler noch 23 Kills oh du hast grad übeles geleckt alter super super wie schlecht war das jetzt bitte racer gd erfahrungsbericht wo sind die ganzen da oben stehen sie fahr hoch den Berg die stehen alle oben am Berg ok ich fahr hoch den Berg was die haben uns entdeckt ja die sind jetzt runtergelaufen da sind sie Markus da oben weiß ich markiere mal ja hier sind sie warte grad ah der hat einsatzschild was darf da kommt einer rechts links ganz viele ja ich sehe es aber die haben einsatzschild die Spacke uns jetzt retten sie gegen kommt dann halt drauf die Stütten die ganzen Konteristen machen sich aufm weg zu uns ja ich hab alter wie viel punkte ich hier hinten jetzt abformen kann kannst du noch treffen oh unkill nice unkill sichtung ich kriege ein schönes Sichtungsbonus naja das schörte ich dann mal ah scheit jetzt hat er mich oder ne noch nicht ein Leben hab ich noch ich geh weg ich mach mal den Ding da oben kaputt hab ich noch C4 oder